Hansa Rostock und Hannover 96 trennen sich 1 zu 2 für die Rostocker ist das bitter. Die haben eigentlich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, aber haben einfach aus ihrem Ballbesitz und aus den Chancen, die sie sich jetzt spielt haben, einfach nicht genug getan. Da fehlte dieses letzte Effet, das man da wirklich zuschlagen konnte. Es war Hannover, die durch Neumann in Führung gegangen sind. Mit 0 zu 1 Hannover gefällt mir dieses Jahr überraschenderweise sehr, sehr gut. Also wenn sie das wirklich über die komplette Saison halten können, weil ich denke, in der 2. Liga ist es sehr, sehr wichtig, Konstanz zu haben. Und wenn Hannover das packt und die haben wirklich gute Spieler, dann kann da was gehen. Vielleicht nicht in Richtung Aufstieg, aber mindestens obere Tabellenhälfte. Das war dann auch der Pausenstand und leider für Neumann hat er das 1 zu 1 für Rostock erzielt. War ein Eigentor, bittere Sache für ihn. Rostock hat es natürlich gefreut, die nehmen das 1 zu 1 mit, aber insgesamt natürlich bitter für Hannover. In der Folge, es war ausgeglichen. Ich würde sagen, sogar ein bisschen pro Rostock. Aber kurz vor Schluss haben sich eigentlich alle mit dem 1 zu 1 abgefunden. Dann gab es allerdings noch einen Elfmeter. Kurz vor Schluss für Hannover, das lässt Zeug hat sich nicht nehmen. Macht das 1 zu 2, Sieg für Hannover. Wichtige Punkte aus Rostock entführt. Für Rostock ist es bitter, weil die wieder sich nicht genug belohnt haben, in dem, was sie gemacht haben. Und wie gesagt, Hannover, wenn die so weitermachen, sehe ich sie ganz weit oben. Wir hören uns im nächsten Video und ciao, haut rein.